Herzlich willkommen bei Unter den Linden an einem spannenden Tag, dem Tag nach der Hessenwahl. Gestern sind wir mit Jamaika in Hessen ins Bett gegangen, mit einer knappen Mehrheit für Schwarz-Grün aufgewacht. Doch die eigentliche Nachricht des Tages kam einige Stunden später als Reaktion auf das, was gestern geschah. Angela Merkel wird nicht mehr als Parteivorsitzende der CDU kandidieren. Nach fast 19 Jahren tritt sie im Dezember ab. Gefühlt im Minutentakt gingen dann heute die Bewerbungen um ihre Nachfolge ein. Friedrich Merz könnte wollen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn haben es offiziell verkündet. Armin Laschet hält sich eine Kandidatur noch offen. Dazu kommen drei eher unbekannte Parteimitglieder, die schon vor einigen Wochen ihren Hut in den Ring geworfen haben. Wer übernimmt letztendlich das Amt und damit eine gute Chance auf das Kanzleramt? Und welche Auswirkungen hat diese Personalentscheidung auf die Große Koalition in Berlin? Das möchte ich jetzt mit meinen Gästen diskutieren. Die GroKo-Parteien sitzen dabei heute bei uns mit am Tisch. Und ich begrüße sehr herzlich Hilde Mattheis, SPD-Bundestagsabgeordnete und seit 2011 Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD. Herzlich willkommen. Danke. Und Stefan Evers, CDU-Generalsekretär im Landesverband Berlin und auch parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin. Auch Ihnen herzlich willkommen. Danke. Frau Mattheis, bietet das Stühlerücken in der CDU nicht auch für die Große Koalition jetzt irgendwie die Chance zumindest auf einen Neustart, dass es vielleicht doch weitergehen könnte? Naja, das Stühlerücken, das betrifft ja jetzt erstmal nicht uns als SPD, sondern das ist ja eine parteiinterne Angelegenheit der CDU. Und ich glaube, so parteiinterne Angelegenheiten, das muss man sich von außen angucken und da verbietet sich jede Art von Kommentierung. Das macht jede Partei für sich aus. Ich glaube aber, dass natürlich auch das ein Signal ist in die politische Landschaft hinein. Das ist schon klar. Und wir als Forum Demokratische Linke, das ist für uns einer der wichtigen Punkte. Wir sagen ja, dass uns die Große Koalition nicht besonders gut tut als SPD. Und von daher ist das erstmal meine Hauptstoßrichtung zu sagen, eigentlich müssen wir als SPD die Große Koalition verlassen. Wir brauchen eine Erneuerung unbedingt und das darf kein Placebo sein, sondern das brauchen wir in der Opposition. Und wir stellen ja fest, die Hessenwahl, die Wahl in Bayern, große Koalitionen dürfen nur eine Partnerschaft auf Zeit sein. Wir haben den Bogen überspannt. Die Menschen können uns nicht mehr voneinander unterscheiden. Darunter leiden wir und das betrifft natürlich hauptsächlich auch die SPD. Und von daher glaube ich, dass das ein Signal in die politische Welt hinein ist, was da in der CDU passiert. Aber dass wir unsere Probleme schon auch selbst lösen müssen. Was das aber vielleicht doch für Auswirkungen auf die GroKo haben könnte in Berlin, sprechen wir gleich weiter drüber. Herr Evers, die Entscheidung heute von Angela Merkel zu verkünden, dass sie nicht für den Parteivorsitzenden im Dezember nochmal kandidieren wird, hat er Sie persönlich und auch viele in der Partei heute überrascht? Absolut. Damit hat niemand gerechnet. Das war ja auch nicht zwingend nach dem gestrigen Ergebnis, insbesondere weil Gottlob eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition wohl möglich ist. Und hoffentlich dann auch mit einem Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Insofern ist heute, glaube ich, niemand mit der Erwartung, dass Angela Merkel nicht wieder antritt, in die Vorstandssitzung und Präsidiumssitzung gegangen. Was aber auch deutlich macht, dass das eine sehr selbstbestimmte und souveräne Entscheidung war. Und umso größer ist auch mein persönlicher Respekt. Ich bin jemand, der natürlich sehr stark geprägt ist von 18 Jahren CDU-Vorsitz durch Angela Merkel. Sie waren 20, als Angela Merkel Parteivorsitzende wurde. Genau, das war kurz nach meinem Beitritt in die CDU. Man kennt kaum etwas anderes in meinem Alter. Und umso gespannter ist man jetzt auch erst einmal, wie der Prozess um die Personalauswahl für den Dezember aussehen wird. Und wie wir es schaffen, auch in der Auseinandersetzung die Kultur zu wahren, die Menschen von uns erwarten. Kann die SPD in diesen Tagen nicht froh sein, dass die CDU so ein bisschen jetzt ablenkt und die SPD vielleicht ein bisschen Zeit gewinnt, intern zu diskutieren, was jetzt folgt? Ich glaube, unsere Situation ist so brenzlig und die Situation ist so, dass man es eigentlich bezeichnen müsste, als es steht auf des Messers Schneide, wie sich die SPD weiterentwickeln kann. Und da hängt auch unser ganzes Herz dran. Wir sind ja da nicht nur Kopfmenschen, sondern auch mit dem Herzen dabei, dass wir das natürlich betrachten, sehr neugierig, aber dass ein Ablenkungsmanöver natürlich uns vor allen Dingen anspornt, intern unseren Laden in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Auftrag, den wir da haben. Wie ist die Stimmung jetzt in der Partei? Weil ich sage mal so, gestern am Wahlabend und auch heute Morgen kamen natürlich wieder die Sätze, das Ganze muss Konsequenzen haben, man muss sachlich arbeiten in der GroKo. Und es gab ja eine Abstimmung in der Partei. Die Parteimitglieder haben sich ja für die GroKo entschieden und man ist in die GroKo gegangen. Wie ist die Stimmung jetzt? Gut, man müsste die Parteibasis wieder befragen. Aber nach meinem Dafürhalten und nach meiner Wahrnehmung haben sehr viele für die GroKo gestimmt, aus Angst auch vor Neuwahlen und vielleicht auch, weil wir, Linken in der Partei, die die GroKo nicht nochmal wollten, vielleicht auch nicht so mit dem, sag ich mal, Argumenten durchgedrungen sind, die wir immer angeführt haben. Nämlich, dass es zum Verwischen der großen politischen Lager kommt und dass es der Demokratie nicht gut tut. Die AfD ist stark geworden und ich glaube, dass es auch unserem eigenen Profil nicht gut tut, wenn zwei politische Lager, die ein alternatives Politikangebot anbieten sollten, so eng miteinander über Jahre arbeiten müssen. Und von daher glaube ich, dass sich in der Partei schon auch der Gedanke durchsetzt, dass diese GroKo nicht unbedingt das Nonplusultra ist, sondern dass man es auch vorzeitig beenden können muss. Und ganz lange hat diese GroKo schon seit mehreren Jahren ja vor allem der SPD geschadet, wenn man auf die Zahlen schaut, der CDU, der CSU weniger geschadet. Jetzt seit einigen Wochen, wenigen Monaten erst deutlich drastisch in den Zahlen, auch mit den Landtagswahlen, die wir jetzt gesehen haben. Wie kommt das, dass die Union lange Zeit mit den Zahlen recht stabil geblieben ist und jetzt aber auch so sehr darunter leidet? Ein Stück weit hat man auf der großen Bühne in den vergangenen Wochen und Monaten ja Dinge erlebt, die sich schlicht nicht gehören, wenn man von sich selbst überzeugt ist und mit Optimismus dieses Land regieren möchte. Da ist offen zelebrierter Streit nicht gut. Insbesondere dann, wenn er die Unionsfamilie spaltet. Und da waren wir im Sommer kurz davor. Es ist uns Gott sei Dank erspart geblieben, aber ich kann jeden Wähler verstehen, der sich dann abwendet und auch das Vertrauen in die Politik verliert, der den Eindruck hat, die Politiker beschäftigen sich nur noch mit sich selbst, aber nicht mehr mit den Problemen unseres Landes. Das haben acht von zehn Wählern, glaube ich, gestern an dem Abend in den begleitenden Befragungen gesagt. Und das sollte uns allen miteinander zu denken geben. Und insofern hoffe ich, dass es jetzt gelingt, auch wieder zu neuem Selbstvertrauen zu kommen, zu genau dem Optimismus, den Regierungen auch verdient. Keine Lust aufs Regieren zu haben ist keine Option, sondern man sollte schon auch den Spaß daran ausstrahlen. Und das habe ich in den letzten Wochen etwas vermisst. In den vergangenen Jahren hat aber ja die Union, vor allem die CDU, immer mehr Stimmen auch von der SPD geholt. Hat also, ist die Entwicklung der SPD, was würden Sie sagen, hat die SPD sich vor allem selbst geschadet, Selbstfehler gemacht oder hat vor allem die CDU auch dafür gesorgt, dass die SPD geschrumpft ist? Mit neuen Themen, mit einer CDU, die sich deutlich gewandelt hat, auch von den Positionen her. Also ich glaube einerseits, dass es nicht so schlau ist, als Sozialdemokratie sich über Jahre hinweg mit der Frage zu beschäftigen, wer sind wir und wenn ja, wie viele. Die Menschen erwarten ein einheitliches Politikangebot und sie erwarten dann auch, dass es in praktische Politik umgesetzt wird. Dafür haben wir am Ende ja auch gemeinsam einen Koalitionsvertrag verabredet, der ja nicht etwa ein Wunschkatalog der Christdemokratie ist, sondern der sehr viele Punkte auch beinhaltet, die der SPD wichtig waren, die Herzensangelegenheiten waren, sonst wäre auch der Einstieg der SPD in die Bundesregierung ja gar nicht möglich gewesen. Ich hätte erwartet, dass dann beide Partner alles daran setzen, die Punkte, die ihnen jeweils wichtig waren, auch in den Vordergrund zu stellen, sich auf gemeinsame Erfolge zu konzentrieren und auch Sprachregelungen zu finden, die deutlich machen, was jeweils Schwerpunkt des jeweiligen Partners ist. Das ist in den ersten sechs Monaten absolut nicht gelungen. Im Gegenteil, was wir erlebt haben, war ein kommunikatives Desaster und war auch ein Verlust von Anstand im Umgang miteinander. Und das wieder gut zu machen, wird seine Zeit brauchen. Aber da sage ich auch ausdrücklich, das hat man in einer Regierung zu leisten und nicht, indem man sich in die Schmollecke der Opposition zurückzieht. Aber inhaltlich nochmal, ist die CDU in den vergangenen Jahren in Bereiche gerückt, die die SPD vorher abgedeckt hat, sodass es für die SPD schwieriger geworden ist, den einen oder anderen Wähler, Wählerinnen an sich zu binden? Ja, ich habe ja schon gesagt, die Unterscheidbarkeit war nicht mehr deutlich. Und ich glaube, das geht jetzt nicht mehr darum, zu sagen, ob wir irgendwie uns selber finden müssen, sondern es geht darum, auch in der Rückschau anzugucken, was ist denn passiert mit den beiden großen demokratischen Parteien. Und da glaube ich schon, dass es ein Punkt ist, der zu der Situation geführt hat, dass die Unterscheidbarkeit nicht da ist. Wir haben in vielen Kompromisslinien, haben wir uns auf die Unionsparteien zubewegt. Das hat uns ein Stück weit Wählerinnen gekostet. Sie haben sich womöglich in Teilen auf uns zubewegt. Dadurch wurde immer gesagt, die Sozialdemokratisierung der CDU, was immer das auch heißt, bei dem Thema Asyl habe ich das nicht so sehr erkennen können, bei anderen Themen auch nicht. Aber das war so die öffentliche Wahrnehmung. Und ich glaube, es geht jetzt darum, dass diese beiden großen Parteien, die ja bedeutend sind für die Demokratie, das wissen wir ja alle, dass die im Prinzip in Zukunft wieder so ein alternatives Politikangebot bieten können. Und das hat schon was mit wirklich zum Kern einer politischen Aussage kommen zu tun. Und diesen Kern, glaube ich, muss die SPD wieder erreichen. Und da gestatten Sie mir, dass ich egoistisch genug bin, dass ich nämlich keine Lust habe, dass die SPD noch weiter unter 10 Prozent oder so rutscht. Und dass es klar ist, dass wir in einer großen Koalition diese Konsolidierung nicht hinbekommen. Und da sage ich mal, diese Partei ist zu wichtig für diese Demokratie, als dass wir uns jetzt noch mal drei Jahre schleifen lassen können und sollten. Und ich glaube, dazu gehört auch ein ziemlicher Rückschau. Das hat jetzt nichts mit Selbstfindungsprozessen zu tun, wie Sie es eingangs so formuliert haben, ein bisschen salopp. Sondern ich finde, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, zu bilanzieren, welche Politikansätze waren denn offensichtlich, haben in die falsche Richtung gezeigt. Und da sage ich mal, so ein paar Sachen sind da schon schiefgelaufen. Ich denke mal so an die Hartz-IV-Reformen. Das muss man korrigieren. Es ist viel Bewegung in allen Parteien, gerade in der CDU. Wer folgt denn jetzt auf Merkel? Ach du meine Güte, das wird nun wirklich der Bundesparteitag im Dezember entscheiden. Wir haben die ersten Kandidaten, die ihre Kandidaturen angekündigt haben. Wir haben andere, die es sich offen gehalten haben. Aber da ist wer dabei. Und auf der Liste, da ist jemand dabei, der die Partei gut weiterführen könnte. Es sind jede Menge tolle Kandidaten dabei. Welchen Favoriten haben Sie denn oder Favoritinnen? Das würde mich jetzt interessieren. Jetzt warten wir doch erst mal ab, mit welchem Programm die Personen in den Wahlkampf ziehen. Das wird für mich ja auch eine neue Erfahrung sein. Eine Kampfkandidatur um den Vorsitz ist jetzt nicht allzu üblich in der CDU. Tut uns aber, glaube ich, gut als lebendige Volkspartei. Das ist auch mal ein echtes Zeichen gelebter Demokratie. Ich bin mir sicher, dass unsere Mitglieder das auch freuen wird, dass wir vor dem Bundesparteitag eine solche Debatte in der CDU erleben. Und die wird natürlich auch sich darum drehen, nicht nur welches Gesicht sehen wir lieber im Fernsehen, sondern auch, wofür steht das jeweilige Profil. Und da sage ich sehr deutlich, ich wünsche mir eine CDU, die ihren Platz in der politischen Mitte behauptet, die sehr klar auch ihre Regierungsfähigkeit und ihren Regierungswillen zum Ausdruck bringt. Und daran werde ich am Ende auch festmachen, wer meine Stimme auf den Bundesparteitag bekommt. Angela Merkel hat es heute selbst in der PK angesprochen, dass die Partei sich ja selbst ein Bild machen kann jetzt und den Nachfolger aussucht. Sie selbst wird sich nicht positionieren, aber wenn Sie gerade die bestimmten Themen oder eine Richtung ansprechen, es wird doch eine Richtungsentscheidigung für die CDU, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. Es wird unterschiedliche Akzente geben, aber wir sind und bleiben eine Volkspartei. Das ist es, was uns auch ein Stück weit unterscheidet von anderen Parteien, die klare, enger eingegrenzte Profile haben. Bei uns gibt es ein sehr, sehr weites Meinungsspektrum und das wird jeder einzubinden haben, der Parteivorsitzende oder Parteivorsitzende wird. Natürlich, das habe ich gesagt, wird es unterschiedliche Akzente geben. Und da steht eine Annegret Kramp-Karrenbauer natürlich mit ihrer Regierungserfahrung, mit der Erfahrung aus dem Saarland, wo sie Jamaika, wo sie die Große Koalition, wo sie alle Ministerämter hinter sich hat, natürlich anders ins Rennen gehen als ein Jens Spahn, der mit einem erfrischenden, gerade nicht so regierungsbelasteten, in Anführungsstrichen, Anlauf in die Kandidatur startet. Und für jeden weiteren Kandidaten gilt auch, dass er eine eigene Geschichte finden muss, um die Delegierten am 7. und 8. vor allen Dingen Dezember zu überzeugen. Ich bin sehr gespannt darauf, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit dazu haben und ich glaube, es wird uns gut tun. Und da sind ja ganz verschiedene Köpfe jetzt, die antreten mit ganz verschiedenen Profilen, Sie haben es ja selber schon gesagt, und auch Themen und Schwerpunkten. Wie müssen wir uns das vorstellen, wie wird am Schluss der neue Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende gefunden? Delegierte werden ja abstimmen bei dem Parteitag. Sind das vor allem die Landesverbände, auf die es jetzt ankommen wird, wo die Kandidaten Landesverbände hinter sich versammeln? Oder bei so einer Auswahl und so einer, wie Sie selber auch sagen, seltenen Situation, die es seit vielen, vielen Jahren so nicht gab mit mehreren Kandidaten und überhaupt eine neue Person an die Spitze zu wählen, ist das Rennen völlig offen, dass jeder Delegierte, jede Delegierte für sich alleine entscheidet? Ich glaube, das wird am Ende so sein und das ist auch gut so. Das wird nicht allein an Landesverbänden festzumachen sein. Ich habe davon gesprochen, wir sind eine vielfältige Partei, wir haben viele Vereinigungen, die für ganz unterschiedliche soziologische Gruppen stehen. Wir haben den Arbeitnehmerflügel, den Wirtschaftsflügel, wir haben viele konservative andere, deren Herz liberal erschlägt und all diejenigen werden sich von ihren Landesverbänden nichts vormachen lassen, sondern werden ihre eigene Entscheidung treffen. Und noch einmal, das finde ich auch ganz richtig so. Frau Mattheis, wenn jetzt ein, wir haben mehrere Namen zur Auswahl, aber wenn wir einen Jens Spahn als nächsten Parteivorsitzenden der CDU hätten, wie, wäre das für Auswirkungen? Sie wollen ohnehin aus der GroKo, aber vielleicht wird es dazu nicht kommen. Was hätte das für Auswirkungen auf die Große Koalition? Oder gibt es unter den Namen Einzelne, wo Sie sagen würden, das würde für die GroKo, für die SPD noch schwieriger oder da könnte man besser zusammenarbeiten? Ach, das will ich gar nicht beurteilen. Ich kenne Herrn Spahn als Gesundheitspolitiker, ich bin selber Gesundheitspolitikerin und habe mit ihm zusammengearbeitet. Man weiß, wo man dran ist, mit dem man ist. Also ich persönlich nicht unbedingt mit ihm auf einer inhaltlichen Spur. Aber das ist nun mal so, wenn man unterschiedliche Ziele verfolgt. Und ich habe ihn, wie gesagt, kennengelernt, mit ihm zusammengearbeitet. Die inhaltliche Ausrichtung war völlig konträr. Man wird sehen, wie sich das anlässt. Ich finde, Frau Kramp-Karrenbauer ist auch eine gute Wahl. Also ich bin immer für eine Frau. Die wirtschaftspolitisch eher links steht in der CDU. Wenn man in der CDU von links und rechts reden kann. Also vielfältig, hat der Kollege ja schon gesagt. Also die Frau Kramp-Karrenbauer ist ja jemand, der sehr offen ist und auch sehr erfahren ist. Also wie gesagt, ich will mir da kein Urteil anmaßen. Ich glaube aber, dass mit einem Herrn Spahn es eine deutliche Rechtsverschiebung geben würde. Ob das in der Großen Koalition gut tut, aber das ist meine Meinung und ob das dann zutrifft, man wird sehen. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man in einer Großen Koalition dann die Schere nochmal so weit auseinander macht. Aber die CDU wird das für sich selber entscheiden müssen. Kann so eine Standortbestimmung, die ja jetzt stattfindet in den kommenden Wochen und wo die Partei sich eine Person auswählt, eben auch als Richtungsentscheidung, kann sowas gut mitten in der Regierungsverantwortung passieren? Es ist eine ziemlich einmalige Erfahrung, das aus der Regierung heraus zu orchestrieren. Ich bin auch sehr gespannt, wie das verläuft, aber gleichermaßen optimistisch. Ich habe ja schon einmal gesagt, sich aus der Regierungsrolle heraus zu erneuern, ist unsere Pflicht. Für uns ist es keine Option, sich in die Schmollecke zurückzuziehen, sondern wir lieben die Verantwortung und wir wollen sie auch weiter ausüben. Und wir wollen das Land voranbringen und nicht nur darüber diskutieren, wie es denn uns am liebsten wäre. Gleichzeitig gilt natürlich, dass für die Standortbestimmung auch nicht nur Personen entscheidend sind, sondern das, was Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Grundsatzdebatte angestoßen hat. Also der Weg zum neuen Grundsatzprogramm wird ja nicht allein von einer oder einem neuen Vorsitzenden entschieden, sondern wird noch viele weitere Monate in Beschlag nehmen und auch nicht enden im Dezember, sondern eigentlich erst richtig beginnen. Insofern sollte man die Wahl des Parteivorsitzes auch nicht überschätzen. Sie ist von enormer Bedeutung, aber für die inhaltliche Standortbestimmung ist unser Grundsatzprogramm, das wir noch in Zukunft beschließen werden, deutlich wichtiger. Veränderung und Erneuerung in der Regierungsverantwortung, das versucht auch die SPD ja schon seit einiger Zeit. Können Sie da irgendwelche positiven Tipps und Erfahrungen geben? Ja, das ist ja die große Frage, wie das geht in der Regierungsverantwortung, weil natürlich in der Außendarstellung immer Regierungshandeln überlagert. Und dass Kompromisslinien in einer großen Koalition vonnöten sind, zeigen ja die ganzen letzten Monate, wie enorm diese Anspannung da ist und wie enorm auch, sage ich mal, die Konflikte sind innerhalb der großen Koalition. Und ich sage es nochmal, ich finde, niemand zieht sich in eine Schmollecke zurück, auch nicht, wenn er sagt, Ende der großen Koalition, sondern ich glaube, es geht allen politischen Verantwortlichen und vor allen Dingen den großen Parteien darum, in dieser Demokratie eine gewisse Stabilität wieder zu erreichen und zu sagen, hallo, wir brauchen keine, die ganz recht stehen und die im Prinzip auch unsere Demokratie von einem ganz anderen Blickwinkel aus beurteilen und was ganz anderes wollen. Und von daher glaube ich, dass alle Parteien aufgerufen sind, alle demokratischen Parteien sich dem zu widersetzen. Und da, finde ich, hat die SPD auch in der Vergangenheit immer eine besondere Verantwortung. Wir haben uns immer als Bollwerk gegen Rechts verstanden. Und offensichtlich ist eine große Koalition nicht geeignet, dieses Bollwerk gegen Rechts so zum Tragen zu bringen. Und deswegen aus einem dieser Gründe, das ist ein Grund, es gibt noch weitere Gründe, sage ich, raus aus der großen Koalition. Und diese SPD wieder wirklich mit beiden Flügeln zum Schlagen zu bringen und dazu zu bringen, wieder zu erstarken. Das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Sie sehen das anders? Ganz ausdrücklich. Also ich glaube, dass Menschen Flucht aus der Verantwortung nicht zu schätzen wissen. Sie erwarten, dass man aus der Verantwortung heraus dann auch seine Position bestimmt und durchsetzt. Und dass man das in Anstrengung im Umgang miteinander zu tun. Politischer Streit ist ja nichts Schlechtes. Am Ende findet man Kompromisse. Ich glaube, an manchen Kompromisslinien ablesen zu können, dass es besser wäre, wenn man eher der reinen Leere folgend mal dem einen seine Punkte lässt und dem anderen dann wiederum die seinen. Das ist nicht unbedingt das Rezept der großen Koalition der letzten Jahre gewesen. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Fehler auch im Umgang miteinander gewesen. Wäre das aber nicht in jeder Koalition so, dass das eine Herausforderung ist? Wir sehen in Jamaika, Schleswig-Holstein, wie es auch anders geht. Da hat es dann Daniel Günther natürlich nicht einfach, seinen Mitgliedern der CDU in Schleswig-Holstein zu erklären, warum bestimmte Positionen eins zu eins von den Grünen übernommen wurden. Er kann es aber gut damit erklären, wenn er sagt, dass andere CDU-Positionen eins zu eins Regierungshandeln geworden sind. Ich glaube, diese Art übereinzukommen wird die Zukunft sein. Erst recht, wenn wir uns auf Dreierkonstellationen einstellen müssen, wie sie in Berlin, wie sie andernorts ja auch schon üblich sind, Schleswig-Holstein habe ich gerade genannt. Und diese neue Kultur, die muss gelernt werden, diese neue Kultur, die will aber auch gelebt werden. Und ob man das aus der Position heraus erstmal üben möchte, da bin ich mir nicht so sicher. Christian Lindner sagt ja immer, das liegt vor allem an Angela Merkel in der großen Koalition. Ich glaube, das kann man nicht an einer Person festmachen. Ich glaube, da gibt es ein sehr persönliches Problem zwischen den beiden genannten. Aber sicherlich ist es ohne Zweifel so, und da habe ich ja schon die Koalitionsverträge der letzten beiden großen Koalition, genannt, wir uns das bisher nicht zu eigen gemacht haben als Prinzip, obwohl ich persönlich ein großer Fan davon bin. Die CDU erneuert sich jetzt oder versucht es, es steht an. War es in der SPD vor allem ein Fehler zu behaupten oder so zu verkaufen, dass Andrea Nahles und Olaf Scholz jetzt an der Spitze wirklich eine ganz erneuerte, eine neue SPD sind, obwohl die beiden ja schon seit vielen Jahren dabei sind? Also da stimme ich dem Kollegen ausdrücklich zu. Ich glaube, dass solche Situationen in einer Partei nicht nur durch ein oder zwei Personen hervorgerufen werden, sondern das ist ein Prozess, und das sehen wir ja in der SPD, dass wir in diesem Prozess schon seit Jahren schleichend in diese Wahlergebnisse reingelaufen sind. Und das hat vielfältige Gründe. Ich will aber zunächst nur noch mal auf Sie eingehen. Ich hätte mir gewünscht, Herr Kollege, dass Sie schlicht und ergreifend dann auch Ihren anderen Koalitionspartner entsprechend zur Raison gebracht hätten. Einen Herrn Seehofer und einen Herrn Söder, Herr Söder indirekt, aber Herrn Seehofer, der uns ja vor der Sommerpause nicht und auch danach nicht unbedingt hat in der öffentlichen Wahrnehmung als reibungslos verlaufende Große Koalition darstellen lassen. Also das, das muss man schon sagen, das waren Wochen, die uns als Chaotentruppe nach außen haben darstellen lassen. Und das war nicht zuträglich, sodass man also jetzt sagen kann, also in dieser Situation, wo beide Parteien so massiv verloren haben, muss jede Partei für sich selber überzeugt miteinander vereinbaren, wie denn der Weg zu einem besseren Wahlergebnis und zu stabileren Wahlergebnissen wieder geht. Und da bin ich der Überzeugung, dass wir in der Rückschau, uns es nicht gut getan hat, das dritte Mal in eine Große Koalition zu gehen und unsere Themen der vergangenen Jahre, mit denen im Prinzip die Verteilungsschere so weit auseinandergegangen ist, der Unterschied zwischen Arm und Reich deutlich gewachsen ist. Trotz wachsendem Wohlstand, trotz Wirtschaftswachstum ist es nicht bei allen angekommen. Viele, ein Viertel in prekärer Beschäftigung, das alles kann man in kleinen Mosaiksteinen in der Großen Koalition vielleicht reparieren, aber die Leute erwarten von der Sozialdemokratie schon die lange Linie, die können wir nicht in der Großen Koalition darstellen. Geht es nicht ohnehin in Richtung Jamaika, nur die Frage, wann es kommt? Also ich teile die Einschätzung, dass Große Koalitionen, was auch immer groß heutzutage sein mag, auf Dauer nicht gut tun, wie auch sonst Wechsel das Salz in der Suppe der Demokratie ist. Da wünschen sich, glaube ich, viele auch einen Wechsel. Wir haben aber jetzt uns was vorgenommen für die Regierungsjahre, die vor uns liegen. Und da sollten wir auch liefern, wenn Menschen den Eindruck gewinnen, dass wir Ziele vereinbaren, die wir anschließend nicht mehr willens sind, gemeinsam umzusetzen. Wie soll ich denn dann noch mit Anstand und durchgedrücktem Kreuz in eine Wahlauseinandersetzung gehen? Das kann ich mir für meinen Teil jedenfalls nicht vorstellen. Und ich würde mich wundern, wenn das die Mehrheit in der SPD so sieht. Bisher war es ja Gott sei Dank auch nicht der Fall. Insofern, glaube ich, sollten wir dringend daran arbeiten, das, was die Wähler auch in Hessen und zwar nicht anders in Bayern als das größte Problem, das wir mit der Koalition im Bund haben, nämlich der Umgang miteinander. Das war nicht etwa die Frage, ob zu wenig oder zu viel sozialdemokratische oder christdemokratische Handschrift zu erkennen ist, sondern es war der erkennbar nicht akzeptable Umgang miteinander, die fehlende Arbeitskultur. Und das sind Fehler, die sich abstellen lassen, die vielleicht etwas mit Personalien zu tun haben. Ich bin mir sicher, die Personaldiskussionen werden auch nicht enden am heutigen Tag. Sie werden auch in anderen Parteien geführt werden über die Frage, wer hat denn in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich welche Fehler gemacht und sollte dafür auch Verantwortung übernehmen. Und dann werden wir mit frischem Wind und Zuversicht die nächsten Regierungsjahre in Angriff nehmen, denn darauf kommt es für mich an. Die, bleiben wir ganz kurz bei den Themen. Ist denn sichergestellt, dass egal wer an der Parteispitze Angela Merkel nachfolgt, dass Themen wie die Flüchtlingspolitik oder insgesamt der Modernisierungskurs, die neuen Koordinaten der CDU, dass die unverändert bleiben? Oder bringt nicht so ein Wechsel automatisch eine Veränderung, auch in der Positionierung der CDU, mit sich? Also da möchte ich aber mal hören, wo die Flüchtlingspolitik sich in der Sache noch ändern soll. Ich habe eher den Eindruck, dass wir... Die CSU hätte da, glaube ich, Ideen. Na, das ist gar nicht mal so weitreichend. Wenn man sich in der Sache mal anschaut, wo wir übereingekommen sind, der berühmte Masterplan von Horst Seehofer war ja nicht in der Sache das Problem, sondern war auch hier im Umgang miteinander das Problem. Inhaltlich war man weitgehend deckungsgleich in gemeinsamer Stoßrichtung, wie verabredet auch im Koalitionsvertrag unterwegs. Und hier kommt es darauf an zu liefern, hier kommt es darauf an, dass wir Ergebnisse haben. Ich glaube, in der Sache muss man gar nicht so sehr sein Koordinatensystem neu bestimmen. Wir haben alle gelernt aus den Fehlern, die seit 2015 im Umgang mit der Flüchtlingskrise gemacht wurden. Und dazu mehr Konsequenz und auch Durchsetzungsstärke zu kommen, das ist es, was die Menschen erwarten. Also ich glaube nicht, dass da ein Koordinatensystem neu bestimmt wird, sondern man sollte sich eher in Ruhe und Sachlichkeit darauf konzentrieren, die vereinbarten Punkte umzusetzen und nicht ständig darüber reden, als seien wir im gleichen Krisenmodus wie 2015. Das ist das, was mich an der ganzen Rhetorik der letzten Monate sehr gewundert hat. Und was auch an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeiging, und was, glaube ich, vielen auch einfach auf den Keks ging, dass wir permanent zu taten, als hätten wir noch das Problem des Jahres 2015. Wir haben andere Probleme, die müssen auch gelöst werden. Und die müssen wir auch liefern als Regierungsparteien. Gibt es da vor allem zwischen CDU und SPD eine Übereinstimmung, dass das Thema Flüchtlinge nicht mehr das Beherrschende sein muss oder ist? Naja, gestern hat man ja ganz deutlich gesehen, in Hessen waren andere Themen an erster Stelle, wo man im Prinzip auch gesagt hat, hier die Lebenswirklichkeit der Menschen hier in Deutschland sieht anders aus. Und das Thema Flüchtlinge und Asyl war eines, das an dritter oder vierter Stelle war. Trotzdem glaube ich, dass an diesem Thema schon auch die Qualität des Miteinanders sich offen zeigt. Und wenn ein Innenminister im Prinzip nicht bereit ist, von einem Schiff Aquarius ein paar Menschen nach Deutschland zu holen, damit das Schiff endlich eine Garantie zu geben, dass die ihm nach Deutschland kommen können, damit das Schiff endlich anlegen kann, dann sind das so Spielarten, die ich nicht unbedingt schätze, sondern die zeigen, wie man Innenpolitik am liebsten ausrichten möchte. Ich habe mich wirklich sehr schwer getan. Und ich muss sagen, das sind so ein paar Punkte, die im Koalitionsvertrag in meinen Augen sehr schwer erträglich sind für SPD-Genossinnen und Genossen. Und wenn dann der Innenminister dieses auch noch mal in seine Richtung ausdehnt und noch mal weiter interpretiert, ist das vielleicht für Koalitionspartner nicht so sehr fair. Und von daher glaube ich, muss man in der Großen Koalition sehr genau darauf achten, dass Positionen auch von anderen im Blick sind und man nicht nur ausschließlich seine eigene Position quasi durchsetzen will. Da gebe ich Ihnen gerne recht. Sie haben ja von Debattenkultur gesprochen, aber es ist nicht nur eine Debattenkultur. Also man kann ja auch die größten Sauereien sehr freundlich sagen, sondern es ist eine inhaltliche Ausrichtung. Und da tue ich mich schwer. Und da glaube ich auch, tut es der SPD nicht gut, tut es der SPD nicht gut, sich ständig in solche Kompromisslinien zu begeben. Aber wie geht es denn in der SPD weiter? Weil aus der Parteiführung hören wir in diesen Tagen jetzt nicht unbedingt die neue Richtung, dass man aus der GroKo in nächster Zeit aussteigen würde. Ja, das gibt es aus der Partei heraus, gibt es starke Tendenzen. Und ich meine, auch das hat eine Umfrage gestern gezeigt. 88 Prozent der Menschen haben gesagt, die SPD sollte schleunigst die Große Koalition verlassen. Ich fand das für meine Position sehr ermutigend, muss ich schon sagen, weil das einfach auch ein sehr klarer Blick auf die Situation ist. Man sieht ja, dass diese alte Volkspartei im Prinzip vor die Hunde geht, in so einer Konstellation. Und ich glaube, dass man auch in der Führung der SPD ein Ausstiegsszenarium klar machen muss und transparent machen muss. Nur jetzt ist man in der GroKo und wenn ein Ausstieg jetzt womöglich oder wahrscheinlich zu Neuwahlen führen würde, eine SPD, die mit 15, 16 Prozent landet... Muss es ja nicht. Seine Kollegen twittern ja schon, wir wollen Jamaika zurück. Also muss es ja nicht. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Und ich glaube, all diese Spielarten, da sind so viele verfassungsrechtliche Hürden. Also ich habe auch vor Neuwahlen keine Angst, muss ich Ihnen sagen, weil eine Partei, die im Prinzip auf die Einstelligkeit zugeht, muss im Prinzip sowas auch als Befreiungsschlag dann offenbaren und klar machen, für uns ist es jetzt Zeit, für unsere eigene Politik und den Kern unserer sozialen Gerechtigkeitsanliegen zu kämpfen. Ich denke schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also die Debatte ist ja nicht neu, die haben wir erlebt, bevor die Große Koalition zustande kam. Mein Eindruck ist, sämtliche Argumente sind ausgetauscht, die sind auch nicht wesentlich neu. Ja, sie bewahrheiten sich. Das ist das Dumme. Das hat aber auch damit zu tun, dass man konsequent seit Monaten nichts anderes erlebt als eine SPD, die sich selbst in Frage stellt. Dass da hinzukommt, Unionsparteien, die miteinander auch nicht ordentlich umgehen, hat die Sache nicht schöner gemacht. Aber wenn alle sich mal darauf konzentrieren würden, dass sie regieren, um eigene Ziele umzusetzen, dann wäre uns schon sehr geholfen. Ist die CDU jetzt bereit, womöglich wen Neues an der Parteispitze auszusuchen, der oder die für, wenn man so zurückschaut, nicht nur Angela Merkel, auch vorher lange Parteivorsitzende 10, 20 Jahre an der Spitze stehen könnte? Ist die Partei im Moment bereit, wirklich eine so große Entscheidung zu treffen? Oder wenn man zurückschaut in die Geschichte der CDU, dann gab es zwischen den bekannten, großen, langen Parteivorsitzenden und der jetzigen Parteivorsitzenden immer so eine Art Übergangsparteivorsitzende, die irgendwie ein, zwei Jahre im Amt waren. Kann das der CDU auch passieren? Also zunächst einmal glaube ich nicht daran, dass Geschichte sich wiederholen muss, sondern es liegt dann an jedem Einzelnen, was er aus diesem Amt und dieser Funktion macht, so wie es an uns als CDU insgesamt natürlich liegt, das Beste aus dem Parteitag im Dezember zu machen. Da bin ich aber auch ganz zuversichtlich und dass wir uns Entscheidungen zutrauen, das zeigt, dass wir es nicht sind, die ihre Regierungsfreude in Frage stellen, sondern ganz eindeutig sagen, ja, es gibt Anlass zur Selbstkritik. Die nehmen wir auch ernst. Daraus zieht auch eine Angela Merkel beispielsweise Konsequenzen, um Befreiter vielleicht auch in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin zukünftig aufspielen zu können. Weil das kann für Sie ja weiterführen, hat Sie ja klar gesagt, bis zum Ende der Legislatur. Wagt Sie damit aber nicht selbst etwas? Und Sie musste die Frage heute ja auch schon mehrmals beantworten. Ich habe nichts gegen Politiker, die etwas wagen. Die etwas wagen, genau. Aber Angela Merkel hat ja ziemlich klar, selbst gesehen bei Gerhard Schröder, bei ihrem Vorgänger, dass dort die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft dann ziemlich schnell zum Ende geführt hat. Jetzt wagt sie das Gleiche. Wir schauen uns eben mal kurz einen kurzen Ausschnitt an vom 22. September 2015. Da hat Angela Merkel zu diesem Thema bei einer Buchvorstellung mit Gerhard Schröder, Sie werden ihn gleich so von der Seite sehen, kurz darüber gesprochen. Da ja das Kanzlerleben des Kanzlers Schröder abgeschlossen ist als Kanzlerleben, kann ich vielleicht sagen, dass ich damals abschließend nicht richtig gefunden habe, dass er den Parteivorsitz abgegeben hat. Das war aus meiner Sicht irgendwo dann, so ist jedenfalls mein Verständnis, eigentlich absehbar, dass damit auch etwas Wichtiges nicht mehr da war in einer Hand. Ich kenne ja Franz Müntefering, kann das alles gut verstehen. Aber ich sage nur, das war für mich so ein Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe, das hat Konsequenzen. Herr Evers, hat das auch Konsequenzen, wenn Angela Merkel jetzt diese beiden Ämter voneinander trennt? Kann das gut gehen? Ohne Zweifel, das hat sie ja auch selber gesagt. Das war ja nicht die einzige Entscheidung, wie sie heute verkündet hat, sondern es ging um eine weitere, nämlich die klare Absage an eine Kandidatur für 2021 und sogar an eine weitere Kandidatur für den Deutschen Bundestag und andere denkbare politische Ämter. Das ist komplett aus der Politik aussteigt. Das fand ich genauso souverän. Aber wie ich eben sagte, das kann ja auch Freiheiten geben und diese Freiheiten können dieser Regierung auch sehr gut tun. Und ja, es ist neu für uns, ja, es wird sehr spannend, aber das bedeutet für mich nicht, dass ich den Kopf in den Sand stecke, sondern dass ich ausdrücklich sage, lasst uns das Beste aus dieser Situation machen. Angela Merkel wird sich sehr genau überlegt haben, welchen Schritt sie geht und warum sie ihnen geht. Und sie wird ihnen nur gegangen sein, wenn sie ihnen für das Beste für das Land und für die Partei hielt. Aber kann denn ein neuer Parteivorsitzender oder ein neuer Parteivorsitzender der CDU überhaupt, also, ja, selbst einen Kurs einschlagen, dem Amt selbst, dem Parteivorsitz, selbst eine eigene Marke geben, ohne der Kanzlerin an einzelnen Stellen zu widersprechen oder ohne hier und da mal den Kurs etwas auf einen anderen Weg zu lenken? Auch das liegt an jedem selber, aber das muss in anständiger Form und im Umgang miteinander so sein, dass nicht der Eindruck entsteht, hier gibt es eine Opposition innerhalb der Regierung. Meinungsverschiedenheiten sind bei uns immer an der Tagesordnung. Die werden geklärt, die werden entschieden, aber es sollte im Ergebnis keine Auswirkungen darauf haben, dass die Regierung den Eindruck erweckt, die Lage im Griff zu haben. Und da wird es jetzt wirklich spannend, erstens, wer den Parteivorsitz übernimmt und zweitens, wie sich dann diese Zusammenarbeit zwischen Parteivorsitz und Kanzleramt entwickeln wird. Noch einmal, für uns ist es neu, aber vielleicht tut dem Land etwas Neues auch ganz gut und der CDU nicht weniger. Aber das heißt, ein Lame Duck kann nicht entstehen, wie man in den USA immer sagt, am Ende einer Präsidentschaft, dort ist ja ein Ende vorgegeben. Jetzt hat Angela Merkel selbst das Ende ihrer Kanzlerschaft angekündigt. Da heißt es ja immer, dass die zweite Amtszeit diejenige ist, mit der es recht viel umgesetzt werden kann, weil der Präsident viel befreiter aufspielen kann und sich auch beispielsweise in Sachen Richtlinien-Setzung sehr viel selbstbewusster inszenieren kann, als wenn er immer Rücksicht auf die eigene Partei nehmen muss. Auch ein Argument, wie waren das bei Schröder und Müntefering, als die die beiden Aufgaben aufgeteilt haben? Ja, das kann man in der Rückschau natürlich schon so beobachten, dass das ein Stück weit auch, sag ich mal, zu Konflikten geführt hat, die wir vielleicht hätten besser vermeiden können. Das heißt? Aber, naja, also ich sag mal, ich bin gespannt, wie die CDU das jetzt irgendwie regelt und wie sie das in den Griff kriegt. Aber ich glaube, dass prinzipiell in großen Parteien es möglich sein muss, diese Ämter und Funktionen zu trennen. Andere Parteien haben das auch. Also von daher wird es auf die Personen ankommen. Es kam auf Schröder und Müntefering an, es kommt jetzt auf die Personen an. Und ich glaube, dass in großen Parteien das absolut möglich sein muss, Funktionen, also Parteivorsitz und eben auch Kanzlerschaft oder Ministerschaft zu trennen. Ist ja in vielen Parteien auch nichts Ungewöhnliches. Aber hier zum einen ist es für die CDU etwas nicht Geübtes und lange nicht Geübtes und zum anderen in Regierungsverantwortung. Ja, ja. Was hat die SPD aber daraus gelernt damals? Ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr so Spontanität oder auch mehr Debattenkultur rein. Das täte der Demokratie ja nicht unbedingt einen Abbruch. Ich glaube, dass das in erster Linie aber erstmal ein Thema der CDU ist, das Sie lösen müssen für das, was in der Großen Koalition jetzt ansteht. Wird das vielleicht von Belang sein, dann hat man die CSU noch da mit an Bord und so. Das wird spannend sein, wie dann diese Vierer-Kombo irgendwie dann unterwegs sein wird. Ich glaube, dass es vor allen Dingen in den nächsten Wochen und Monaten darauf ankommen wird, dass wir in dieser Demokratie klar machen, dass politische Parteien unterschiedliche Angebote geben. Und diese unterschiedlichen Angebote etwas damit zu tun haben, wie man den Blick auf die Welt hat und wie man Probleme lösen möchte. Und dass man die Unterscheidung einfach hinbekommt. Und da bin ich überzeugt, dass die CDU sicherlich auch noch andere Partner finden wird als die SPD, die sich quasi in einer geraden Schraubenbewegung befindet und eingepresst ist. Und das tut der SPD nicht gut. Das sehen wir ja. Das heißt, es wird weiterhin kräftig für eine Trennung von Union und SPD. Unermüdlich. Auch hier kann aber, glaube ich, Herrn Evers nicht überreden heute Abend. Nein, wir haben Lust auf Regieren, aber in einer anderen Konstellation. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Parteien auch unterscheidbar sind. Gut, aber wenn wir es davon abhängig machen, dass wir uns am Ende nach dem Wähler richten und welche Konstellationen möglich sind. Nein, das machen wir ja nicht. Das machen wir ja nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte, die Sie da darstellen. Sondern es geht darum, wirklich auch alternative Politikansätze deutlich zu machen. Und wir sehen doch, dass wir absolut konturlos in diesem Zweckbündnis rauskommen. Sie tun sich doch keinen Gefallen, wir tun uns doch keinen Gefallen. Wenn wir allein friedenspolitische Ansätze gucken, wenn wir arbeitsmarktpolitische Ansätze angucken, wenn wir im Prinzip auch Sozialversicherungsansätze angucken. Uns unterscheiden doch wirklich Welten. Wir stehen doch beim Thema Bürgerversicherung auf zwei unterschiedlichen Sternen, die nie zusammenkommen. Und von daher werbe ich dafür, dass es einfach andere Konstellationen geben muss, wo Wählerinnen und Wähler eine klare andere Haltung geben. Wissen kommt man in der Politik nicht weit. Also, dass da allein Regierung der SPD zu befürchten steht... Nein, es geht darum, auch kompromissbereit zu sein. Das ist richtig. Aber kompromissbereit zu sein, nicht im Sinne des Abschleifens. Das ist der Punkt. Angela Merkel hat heute gesagt, ich trage qua Amt Verantwortung für alles. Und sie sagt, es sei ein deutliches Signal, die vergangenen zwei Wahlen, dass es so nicht weitergehen kann. Das Bild, das die Regierung abgebe, sei inakzeptabel. Muss man sich aber nicht fragen, wenn sie sagt, vor allem auch die Wahlergebnisse gestern und vor zwei Wochen haben viel zu tun, das haben ja nun wirklich alle so beurteilt, viel zu tun mit dem, wie es in Berlin lief in der Bundesregierung. Gibt sie da das richtige Amt ab? Denn wenn die Regierungsarbeit nicht gut läuft, sie ist Kanzlerin. Also zunächst einmal ist der Bundesparteitag die anstehende Entscheidung und die, um die sich schon vorher auch innerhalb der Partei vieles gedreht hat. Also wir haben ja zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt, dass Angela Merkel die richtige Kanzlerin ist. Aber es wurde sehr wohl schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert, ob denn es so klug ist, wieder Parteivorsitzende zu werden. Ich glaube, daraus hat sie am Ende auch den richtigen Schluss für sich gezogen. Sie ist nicht bekannt dafür, Verantwortung nicht ernst zu nehmen, sondern ich schätze sie so ein, dass sie jetzt mit den Möglichkeiten, die sie vielleicht, und wir haben es eben gesagt, umso befreiter hat, das Beste aus dieser Koalition, das Beste aus ihrer Kanzlerschaft machen will und machen wird. Und dafür hat sie auch meinen vollen Respekt und meinen Rückhalt. Und ich glaube auch, vieles wird sich jetzt in den nächsten Wochen daran festmachen lassen, wie die Kandidaten für den Bundesvorsitz sich zu genau dieser Frage positionieren. Ich fand es beispielsweise bei der Frage, wie wir die Fraktionsspitze neu besetzt haben im Deutschen Bundestag, auch sehr förderlich und bemerkenswert, wie Ralf Brinkhaus sich ganz klar von der ersten Sekunde an an die Seite der Kanzlerin gestellt hat, gesagt hat, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Und ich glaube auch hier zeigt dieser Erneuerungsprozess, der da in der Fraktion stattgefunden hat, dass man so etwas aus der Regierungsverantwortung heraus schaffen kann, ohne dass es gleichzeitig bedeutet, die Bundeskanzlerin und ihren Politikansatz fundamental in Frage zu stellen. So reicht leider nur noch für eine Schlussfrage an Sie beide. Merkel wollte und will die Ämter in Würde verlassen, abgeben, hat sie selbst auch heute noch mal wiederholt. Frau Mattheis, kann Merkel das noch gelingen? Parteivorsitz hat sie jetzt schon angekündigt, es wird im Dezember sein. Ihre Kanzlerschaft wird spätestens 2021 enden. Oder kommt das jetzt alles schon durch den enormen Druck, dass sie auch jetzt schon gar nicht mehr so freiwillig abgibt? Das kann ich nicht beurteilen und das will ich auch nicht beurteilen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in der CDU geklärt werden muss. Sie hat es angekündigt, sie wird es machen. Ich glaube, dass es immer ein Zeichen von hoher Glaubwürdigkeit ist, wenn jemand sehr souverän so eine Entscheidung trifft. Das ist richtig. Für mich ist das immer auch gepaart mit einer inhaltlichen Ausrichtung. Und diese inhaltliche Ausrichtung der CDU wird sehr spannend sein. Und das wird sich dann eben an dem neuen oder der neuen Bundesvorsitzenden oder dem Bundesvorsitzenden festmachen. Und das ist die spannende Frage, wie im Prinzip die CDU sich inhaltlich aufstellt ohne Frau Merkel und wie dann dieses Spannungsfeld zwischen einer Kanzlerin und dem neuen Bundesvorsitzenden oder der sich entwickelt. Das ist eine spannende Frage. Das wird auch eine Auswirkung haben auf die Große Koalition, wenn sie dann noch da ist. Das war fast ein schönes Schlusswort. Aber wir wollen noch Herrn Ebers fragen, Angela Merkel, kann sie so, wo sie heute selbst verkündet hat, sie wird den Parteivorsitz abgeben und das Amt als Kanzlerin auch in einigen Jahren, kann sie so wirklich mit Würde und Respekt von den meisten um sie herum die Ämter abgeben? Das hat sie ja heute bewiesen. Sie hat selbstbestimmt eine Entscheidung getroffen. Und genau diese Art, nicht Getriebene zu sein, sondern nach sorgfältiger Abwägung für sich selbst zu entscheiden, was das Beste ist für Land, für Partei und für einen selbst, das zeichnet sie aus. Das macht auch ihre Glaubwürdigkeit gerade aus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ihr auch gut tut, diesen Prozess so zu gestalten und nicht sich aus einem Amt treiben und jagen zu lassen. Und mein Eindruck nach allem, was ich aus den Gremiensitzungen heute aus dem Bundesvorstand, aus dem Präsidium gehört habe, ist es, dass es auch allen Teilnehmern enormen Respekt abgenötigt hat, wie sie damit umgegangen ist, wie sie alle überrascht hat. Und ich hoffe, dass sie noch viele positive Überraschungen für unser Land bereithält. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion heute Abend, Stefan Evers und Hilde Mattheis. Ganz herzlichen Dank, vielen Dank für Ihr Interesse heute Abend. Das war unter den Linden bei Phoenix wie immer für eine besser informierte Republik. Wir sind noch kurz zu sehen.